So, ja und damit hallo und herzlich willkommen zum ersten Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft bei Basmati Reviews. Und der erste Gegner heißt Portugal. Aber das eigentliche Spiel findet erst am 16. Juni statt. Und ja, das hier könnte ja vielleicht so eine Art Prognose dafür werden. Ich bin wie gesagt nicht der beste FIFA-Spieler. Aber ich hoffe, dass ich die Deutschen ein bisschen weit bringen werde. Also Gruppenphase sollte ich auf jeden Fall überstehen. Fängt natürlich auch schon direkt mit dem schwierigsten Spiel an. Aber wir haben ja in der laufenden WM auch jetzt schon viele Überraschungen erlebt. Zum Zeitpunkt der Aufnahme war gestern Abend halt das Gruppenspiel Spanien gegen Holland. Und das war ja ein Hammer-Spiel. 5-1. Hätte ich so auf jeden Fall nicht erwartet, obwohl ich eigentlich von Anfang an für Holland war. War? Das gibt's ja nicht. Sehr schön. Oh, 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 oh. Direkt ein bisschen Rupiat da reingegangen. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr auch einmal in die Kommentare oder sowas schreiben würdet, wie eure Tipps sind. Weil, ich meine, es ist ja viel offen. Nicht, wo ich gerade konzentrieren hier. Sehr gut. Ist ja ein Schweinsteiger. Sehr gut. Sehr schön. Und da ist das Tor. Das 1-0 für Deutschland mit Traxler in der 25. Minute. Hammer gespielt. Wunderschön. Gucken wir uns hier nochmal in der Wiederholung an. Perfekt. Und das ist doch ein super Start für die deutsche Mannschaft in das Turnier. Den wünsche ich mir auch. Ach, schade. Nani holt da den Eckball raus. Oh, sehr gut gehalten von Neuer. Und direkt weiterspielen. Müller. Sehr schön. Sehr schön weitergespielt. Oh. Ach. Und da wollte ich schon sagen, Claire da zum Einwurf. Aber da wurde leider nichts draus. Und Deutschland macht direkt Druck. Auf die Verteidigung. Perfekt. Schön von Schweinsteiger. Aber da wurde nichts draus. Da holt er ihm einfach den Ball ab. Mesut Özil. Aber den holt er sich wieder. Da kommt der Pass in den Lauf. Und der Schuss. Ach, das war eher ein schlechter Schuss als eine Flanke. Und Müller verliert den Ball direkt wieder. Portugal hält jetzt den Ball. Zwei Minuten drauf. Da ist schon die erste Hälfte vorbei. Das ging schnell. Ah. Oh, 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 oh. Der ist mir da viel zu frei. Sehr gute Chance für Portugal. Kurz vor der Pause. Aber Deutschland führt immer noch 1-0 zur Pause. Hier sehen wir die Zwischenstände aus den anderen Spielen. Ghana gegen USA. 1-3. Und auch der Irak. Äh, auch Nigeria führt gegen den Iran. 3-1. So, weiter geht's mit der zweiten Hälfte, würde ich sagen. Und der Unpartei-Chef pfeift die zweite Halbzeit an. Das sieht nach einer guten Möglichkeit aus. Draxler. Kruse. Och, da lassen sie ihn sehr frei und da ist er direkt durch. Die Chance. Eine unpräzise Flanke. Das gibt's doch nicht. Das war direkt die Chance, nach der Halbzeit da wieder ein Tor zu schießen. Ich hab, glaube ich, auch die Statistik mir vor dem Spiel angeguckt. Niederlagen in der WM gab's lediglich 3 Stück gegen Portugal. Und, ähm, unentschieden 5. Siege. Und da ist der Ausgleich. Postiga. Sehr, sehr schade. Schlampig hinten, da geht einfach keiner hin. Natürlich jetzt schade. Nach so einer guten Tor. Torchance. Bei nächster Gelegenheit wird hier wohl gewechselt. Dank seiner Übersicht kommt er ganz souverän abfangen. Jetzt also die Auswechslung, das gute Recht des Trainers nochmal was Neues auszuprobieren. Vielleicht gibt's hier doch noch den entscheidenden Treffer. Uch, ja. 60. Minute hier, das muss man jetzt nicht geben. Man holt sich den Ball, aber natürlich Dreck ins Aus. Özil. Ganz gefährliche Situation. Ach, schade. Eigentlich eine gute Position. Jetzt schon wieder Auswechslung. Jetzt bringt der Trainer einen neuen Spieler. Er will nochmal frischen Wind haben im Team. Achtung! Das war schon mutig, sich in diesen Ball reinzuwerfen. Natürlich war das ein Foul, aber der Schiedsrichter sagt Vorteil. Und das sagt er zu rechts und das tut dem Spiel gut. Ach, nein, da verliert er den Ball im Angriff. Das kann's doch nicht sein. Das ist der Anno Ronaldo. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Schweinsteiger anball. Sehr schön. Nur weggefaustet. Vermehrte Sacka. Die Mannschaften haben hier noch alle Möglichkeiten. Und sie verlieren den Ball auf dem Flügel. Schweinsteiger. Jetzt könnte es gefährlich werden. Fehler in der Abstimmung. Er guckt sich um, ob jemand mitgeht. Also 87. Minute, 88. Kursverschluss gibt es die Gelegenheit. Vielleicht die letzte. Sie können das Spiel noch gewinnen. Balleroberung im Mittelpunkt. Wäre so wichtig die drei Punkte für Deutschland im Eröffnungsspiel. Leider haben sie jetzt das doofen Tor kassiert. Zwei Minuten gibt's oben drauf. Da ist das Spiel vorbei. Der Schiri pfeift ab. 1-1. Portugal gegen Deutschland. Okay. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Spiel wieder. Wenn es heißt Deutschland gegen Ghana. Auf Wiedersehen. Tschau. Tschau.